Brezel, Brezel, nicht Brezel oder Brezel oder Brezel oder Brezel, Brezel und als als Verb auch tödlich ausgegangener Motorradunfall. Der Schnuffel hat's Brezelt. In der Steug, auf der Serpentine, dem hat's Brezelt. Ja, wow. Ja, nix so viel kenn ich als Supersteil in die Kurve reingegangen, gell, den hat's voll Brezel. Und jetzt, Sie erkennen es daran, wenn es ein schwäbischer Handwerker geschafft hat, wird folgendermaßen gegessen. Jetzt jetzt erst einmal nach und trinken Kaffee, zum Beispiel, mein Haus ist abbrennt, gell, oder mir ist mein Alter durchgegangen mit einem Italiener. Jetzt jetzt erst einmal nach und trinken Kaffee. Dann wird Kaffee eingeschenkt, kein Muckenfuck. Und dann wird's, und das ist das Zeichen dafür, dass Sie es geschafft haben. Brezel anbrochen. Der Butter. Das Teller, der Butter. Gib mal den Teller her, hast du ein Butter da. Der Butter kommt auf Brezel drauf. Und dann kommt Brezel in den Kaffee rein. Ha? Oha. Ha. Ha. Deine Frau ist abgehauen. Ja, komm, die hat's gebraucht. Sie war schon immer sehr gesellig. Wenn die alle draußen hätte, was sie trinken hätte, dann wär's ein Igel. Ja, komm.